Liebe Kollegsgemeinschaft, es war ein normalerer Abschnitt, wenngleich wir von Normalität immer noch weit entfernt sind. Und dennoch haben wir wieder vieles geschafft, ging etwas vorwärts. Und ich glaube auch, dass wir freudig auf diesen Abschnitt zurückschauen können. Jetzt stehen die Osterferien vor der Tür. Das Wetter wird allmählich auch ein bisschen wärmer, der Schnee wird weniger. Ich hoffe, dass Sie eine gesegnete Kar- und Osterzeit haben und auch eine Zeit der Erholung finden. Vieles ist noch ungewohnt oder einzeln nur vom Bildschirm möglich. Aber wenn wir kreativ sind, dann geht auch wieder ganz viel Neues und ist vieles möglich. Herr Neimeyer hat sich wieder aufgemacht, einen musikalischen Gruß zusammenzustellen und Sie werden die einzelnen Akteure sehen, die gemeinsam einen wunderschönen Ostergruß bereitet haben. Eine gute und gesegnete Zeit für Sie und ich freue mich auf den nächsten Abschnitt. Eine gute und gesegnete Zeit für Sie und ich freue mich auf den nächsten Abschnitt. Eine gute und gesegnete Zeit für Sie und ich freue mich auf den nächsten Abschnitt. Eine gute und gesegnete Zeit für Sie und ich freue mich auf den nächsten Abschnitt. Eine gute und gesegnete Zeit für Sie und ich freue mich auf den nächsten Abschnitt. Alleluia, 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 Gelobt sei Christus Marie zu. Alleluia, 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 All Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!